Das Exarchat war ein von einem Exarchengeleitäter byzantinischer Verwaltungsdistrikt und in mancher Hinsicht eine Vorstufe der späteren Themen. Exarch war in frühbyzantinischer Zeit, in der ausgehenden Spätantike, der Titel der Stadthalter der afrikanischen und italischen Besitzungen des oströmischen bzw. byzantinischen Reiches, die in ihrem Verwaltungsbereich dem Exarchat die oberste militärische und zivile Gewalt ausübten. Durch die Vereinigung der beiden Kompetenzen in einer Hand brach man mit der seit rund 300 Jahren üblichen spätrömischen Praxis der klaren Trennung der beiden Bereiche. Der Titel Exarch bezeichnete ursprünglich einen Offizier des spätrömischen Heeres. Das Amt in seiner neuen Form schuf der oströmische Kaiser Maurikius, der dadurch die Sicherung gefährdeter Außenbezirke und zugleich die Straffung der Reichsstruktur anstrebte. Nur so war es möglich, dass die beiden unter Justinian zurückeroberten Gebiete Afrika und Italien zunächst noch weiter als Teile des Imperiums existieren konnten. Dies alles gelang trotz der schwindenden Macht Konstantinopels, dessen Kräfte an allen Fronten gleichzeitig gebunden waren. Im Osten gegen die Sassaniden bzw. später gegen die Araber, auf dem Balkan gegen Awaren und Slaven, in Italien gegen Langobarden und später auch gegen arabische Piraten. In Afrika zudem gegen die Berber und Araber. Manchmal aber beeinflussten Ereignisse in den Exarcharten auch den Lauf der Dinge in der Hauptstadt. 610 nahm so der Sturz des Kaisers Fokas seinen Ursprung in einer Rebellion des Exarchen von Kartago, die zwei Jahre zuvor begonnen hatte. Die Exarcharte verschwanden im Frühmittelalter mit dem weitgehenden Zusammenbruch der byzantinischen Herrschaft im Westen. 697-98 stel viel Kartago an die Araber, 751 eroberten die Langobarden dann Ravener. Siehe auch. Liste der Exarchen von Italien